euch etwas zurück hier blende ich jetzt noch mal die 5 ja leute was geht ab ich bin's karen willkommen auf meinem kanal heute mein neues video ja leute im titel seht ihr schon danke 2017 auf jeden fall danke 2017 leute 2017 war für den 1.1.2018 ein neues jahr ist für uns begonnen 2017 war für uns zu krass erfolgreich die 50k war mein ziel leute die haben 2016 am 15.11 angefangen wir haben ein jahr und ein monat gebraucht die 50k zu knacken ich bin relativ also was heißt ja sehr sehr glücklich darüber dass die 50k knackt haben es hat mich zu krass gefreut ich habe dann noch mal ich habe mich halt richtig gefreut ich habe mir raketen gestern angemacht für die 50k ich wollte einen silvesterblock draus machen aber es wurde halt nichts hat mich gut auf alles aufgenommen leute was ich jetzt sagen wollte ich habe mir gestern meinen kanal angeguckt ich habe mir meinen ganzen kanal angeguckt ich habe jetzt ein bisschen zu viel gaming gemacht es tut mir an dieser stelle auf einmal leid leute aber ihr habt gefeiert und die weiblichen fans ok es gibt manche weiblichen die zocken auf hotnet finde ich ja ok ich finde sie eigentlich gut dass sie auch mal so ein bisschen zocken aber die weiblichen wollen auch mal real live videos sehen es gibt ja auch bei jungs die keine ps4 und so mögen so dieses gaming und so deswegen als wenn jetzt mal real live videos kommen aber dieses gaming kann ich also nicht weg wenn die gaming ist einfach es ist einfach krass kommt bei euch gut an alles ja leute ich habe alles einfach nur euch zu verdanken wir haben ein jahr gebraucht oder so die furchtkarte zu knacken ich habe ich nur durch euch leute ich habe meinen fernseher kaputt gemacht weil ich einfach zu wütend war leute das hat mich wegen ich habe da ich wollte ein video und das hat mich zu wütend draufgeboxt wegen euch leute kann ich mir jetzt einen neuen fernseher und ja ok es war jetzt ein zwei monaten die ich auch schon sparen muss leute ich bin einfach für alles dankbar leute nehmt das zu schätzen was ihr könnt was ihr euch was ihr dürft was ihr und was ihr einfach machen könnt einfach alles leute nehmt das alles zu schätzen ich schimpfe natürlich auch zu schätzen leute noch mal was zu sagen ich konnte mir den fernseher holen ich bin jetzt überglücklich ich werde diesen fehler nicht mehr machen aus fehlern lernt man leute jeder macht einen fehler im leben als das ein man macht viele fehler im leben leute aber beim zweiten mal wird es dann noch mal besser lernt man draus ja alles was ich noch sagen wollte so hat mein großer bruder steht hinter mir dass ich youtube mache ihm verdankt ich alles für danke meiner familie meinen freunden nur mal sammy julian all meine freunde moment alle an denen geht auch schon gut raus jungs die haben die helfen mir supporten mich gratulieren mir dass ein lächel ins gesicht bekomme meine familie wenn auch einfach alles alle glückwünsche ich hatte ja auch am 6.12 geburtstag einfach alles leute deswegen gebe ich euch etwas zurück hier blende ich jetzt noch mal die fünf gewinner ein mit der die pc gewonnen haben ich schreibe ich schreibe mich an leute und ich schreibe dann auch euch an das ziel geworden ich schicke euch dann kurz die pc leute ich habe gesagt das ist zu wenig ganz ehrlich 50.000 das ist viel jeder also ihr könnt alle gewinnen wenn ihr daran teilnehmt leute wie beim letzten mal mir auf instagram von snapchat abonnieren jetzt und das video leiten die kommentare schreiben ich will also dass ihr noch eine verlosung wollt schenk euch dann halt wieder eine pc 20 euro oder 30 oder 25 oder 30 oder auch vielleicht für 51 der so jetzt lange dabei ist ja leute wie gesagt noch mal schöne grüße an die hater geht auch noch mal raus die bringen einen manchmal auch zum lachen ganz ehrlich das sind dann ein bisschen älterer leute und man lacht über die dass sie keine hobbys haben macht damit weiter danke hater es interessiert mich so gar nicht sollte ihr seid meine ihr seid meine meine familie seite leute ihr seid mein team team karen tv leute wir werden jetzt seiten ziehen leute die keiner gezogen hat leute wir werden jetzt ich und zu werden noch krasser bearbeiten wir werden uns eine kamera holen die krass ist wir werden live streamen wir werden wir machen werden einfach richtig vieles machen leute ich wollte mal sagen danke ich bin sehr 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 glücklich über euren support wie ihr mich supportet wie ihr mich auch in leute ja auf instagram ok das ist jetzt nicht so krass sind immer noch habe ich 100 200 dazu bekommen aber instagram habe ich krass viele dazu bekommen ich hatte 9.000 jetzt habe ich schon 11.100 ich danke jeden einzelnen dafür ich küsse eure augen leute das video sollte noch nicht so lang werden ich küsse eure augen keine verlosen kommt alles kommt leute ich werde mehr wieder jetzt machen aber auch gaming mache ich es auch ich werde jetzt erstmal eine runde fortnite zocken und euch die vielleicht aufnehmen und wir sehen uns dann beim nächsten mal leute team karen tv wir sind die größte die größte familie ja man leute und wir sehen uns auch schon beim nächsten mal die hater können schlafen gehen bei uns ist die karte wo ein gut rum ah das ding gefolgt der arschloch hör mal in die kommentare einfach ob er besser ist ah nein hei abu ey 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 Der hat geklatscht. Grodda. Grodda. Hat so ein Graschen gefahren. Wir hatten so einen Weg, das richtig geil hier auf jeden Fall... Aber wir haben einen Bass aus Kieler. Ja, mein Bass ist empfehlenswert. Ein paar Sachen gekauft, so eine Gucci-Tasche. Für Schuhe hat und... Ja, heute gleich geht's. Du noch Gucci, Brata, nicht der Du noch Gucci. Reicht, 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 reicht. Gute Nacht an euch.